So, wir spielen Artwork Pass zum Abschluss, diese Aufnahmesession. Willkommen zurück, liebe Leute. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Okay, das ist schon mal ziemlich bitter, das Line-Up, was wir haben. Hm, Anna. Okay, das ist schon mal. Okay, das ist schon mal. Wir werden ein neues Schicksal. Eine W87, eine Sebo. Okay, das ist schon mal ein neues Schicksal. 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 Dann wollen wir mal, die gute Anna ist wieder zurück bei mir, indem ich ganz viel Lucio und zuletzt auch Morales gespielt habe, kommt die Anna wieder ein bisschen zurück. Achtung, Schlachtwerk wird initialisiert. Kampfhandlungen sind nicht auszuschließen. Wir werden eine offensive Anna spielen, nachdem ich gesehen habe, dass die Schüsse zwar in der Hocke alle durchschlagen, Helden zu durchschlagen, das ist ganz cool, wenn wir jede Menge Heal brauchen, wenn es eng wird, dann ist die Hocke ganz cool. Wir werden als erster mal ein bisschen offensiver spielen. Halbwinger vergriffene Kugel, 57 Prozent. Das ist das, was man macht am Ende des Tages, okay. Das ist das, was man macht am Ende des Tages, okay. Das ist das, was man macht am Ende des Tages, okay. Das ist das, was man macht am Ende des Tages, okay. Was man macht am Ende des Tages, okay. Befehl bestätigt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 die geister verraten mir dass unsere räuber von der allianz gefangen gehalten werden wir müssen sie befreien er macht das nicht ganz gut der mediev ich gehe mal die jenner gefällt mir auch das ist ein trim blade okay scheint als hätten beide seiten gefangene genommen behaltet unser gefängnis im auge und nehmt das der allianz ein die allianz wird versuchen den käfig geschlossen zu halten tut etwas dagegen unsere räuber wurden befreit und wollen es der allianz die eliminierung bestätigt die die ich liebe diesen sunny sehen sie ein toller aus das kam genau zur richtigen zeit 4 stacks sind 50 prozent Oh, zerstört. Ja, es mixt das endlich mal ehrlich gesagt nicht so schlecht aus. Wenn er mal durchschützen. Ich schieße, brennt die Luft. Talentwahl empfohlen. Komm genau zur richtigen Zeit. Ich schieße, dass noch mehr unserer Frostwölfe festgehalten werden. Sie müssen befreit werden. Belegnung bestätigt. Blutrausch. Das ist unsere Chance. Das macht echt Bock mit Anna. Team Stacks für Nanoboost. Für Anna. Für Jaina. Ich hatte dich. Fähler auszuschalten. Nanoboost injiziert. Ich versorge das nicht. Indemierung aufgeschlossen. Doppelkill. Wir haben die Kontrolle über das Gefängnis verloren. Holt es euch von diesen feigen Allianzlern zurück. zurück ihr habt wie sagt man einen stein talent sie sind unserer stärke nicht gewachsen drückt vor ich liebe diesen für die frostwölfe fuck ich hab sie im schwe 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 Das war der letzte Schlag, den ihr der Horde versetzt, Sperr. Sie haben eine Festung eliminiert. Genau so macht man das. Ich hab keine Mana mehr, können wir bitte back gehen? Sonst werde ich ein bisschen nervös. 63% nice. Hm. 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 Wir dürfen sie nicht dem Feind überlassen. Wohl an. Nehmt das Gefängnis der Allianz ein und befreit unsere Krieger. ein gebüsender Tribut untertitelt was ist denn da? was ist denn da? was ist denn da? was ist denn da? Das ist wesentlich besser als der Wurstaat. Wenn ich schieße, dann bin ich. Ich halte. Die Allianzler lernen es einfach nicht, erteilen wir ihnen noch eine Lektion. Oh, das sieht echt gut aus. 10 Stacks sind so 70%, oder? Oder 65. Ich könnte noch ein bisschen mehr gehen können. Au. Ich halte dich am Leben. Ein Gefühle, was sie tun hat. Da bleibt ja nicht mal die Mauer. Bist du zerstört? Genau so macht man das. Feindliche Festung eingerissigt. Also. Beim nächsten Ansturm unserer Räuber werden die Sturmlanzen fallen. Oh mein Gott. Ich hätte wahrscheinlich mitmachen sollen. Scheiße. Ich war die ganze Zeit hinter der Jaina her. Alles klar. Na, wenn ich da noch mit drauf geschossen hätte, wäre es glaube ich easy gewesen. Das ist wesentlich besser als der Ruhestand. Okay. Unsere Krieger brauchen Hilfe. Befreit sie, damit sie wieder für uns kämpfen. Wenn ich schieße, brennt die Luft. Frostwülfe gehören nicht in Ketten. Holt sie aus dem Käfig und schickt sie wieder aufs Schlachtfett. Wenn ich schieße, brennt die Luft. Nanoboost, injiziert. Sie zu und down. Mödenerischer Welt, terminiert. Der Meer von mir erwartet. Der Unklausch wurde... Fuck, äh. Limin-Copy. Wenn sie gerade so hard rackt. Er stirbt an den Minions. What the fuck? Unlucky, haben sie mich dann doch jetzt mal erwischt. Hm, da geht, glaube ich, ein bisschen mehr Damage. Mit dem... Ein bisschen mehr aggressiver reingehen, aber... Portal? Die have a portal? Oh, now he's dead. Habe ich nur Portal. Heißer Captain Kühl. Das ist ja übel. Hohohohohohohohohoho. Schön gespielt. Hat er das schlecht? Wer die Ablädte da einig denn... Na gut, das ist vorbei. Oh, die Kinder. Ein bisschen sehr viel Damage. Den da, den da, den da. Oh, der ist tot. Was sollte der da jetzt schon mal machen? Warte, fah, fah, fah. Ingenierung aufgeschlossen. Hat er nur noch 171 Lebensfunkel, naja, okay. Wenn ich schieße, brennt es. Da bleibt ja nicht meine Haube. Besteht nicht. Dem Licht sei Dank. Oh, der ist ja ausgeschaltet. Ich habe dich. Oh mein Gott. Nein, warum rennst du denn weg, Verflug? Goddammit. Ja, das ist wie ich bin. Der Varian kann ja nicht mehr viel machen dagegen. Nice. Uh. Ja, ich verstehe, warum Anna in der Meta ganz schön weit oben ist. Der Minus-3-Punkte ist so bitter, ey. Wie viele Minuspunkte ich immer reingepretzelt bekomme. Aber ich bin zufrieden mit dem Spiel. Das sah sehr gut aus. Hätte schlimmer sein können. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Aufnahmesession. Ähm. Mit ein bisschen Übung können wir vielleicht noch viel, viel mehr rausholen mit Anna. Gerade mit dem Bild. Viel, ähm, Selfie hier. Und am Ende des Tages dann auch vielleicht jede Menge Damage. Wenn wir vielleicht die Angelegenheit am Ende genommen, wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen. Aber egal. Ähm. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Tschöö. Untertitelung des ZDF, 2020